Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 7. November Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen Philippa 4, Vers 5 Allen Menschen, wirklich allen? Ist das nicht zu viel verlangt? Es gibt doch nun wirklich Leute, die uns auf die Nerven fallen, die uns nicht liegen, mit denen wir einfach nicht zurechtkommen können. Solche Menschen werden wir, je nach unserem Temperament, eisig behandeln oder nervös oder zornig. Jedenfalls werden wir sie unsere Ablehnung spüren lassen. Aber da dreht uns nun Gottes Wort in den Weg. Es ist Sünde, wie du dich verhältst, sagt es. Ja, Sünde, genauso wie Mord, Ehebruch und Diebstahlsünde sind. Da ist doch noch ein Unterschied, empört sich unser Herz. Nein, es ist kein Unterschied. Sagt dir Gottes Wort. Du willst dem Willen Gottes nicht gehorchen, und das ist Sünde. Es ist schon ein ganz großes Wort. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Das Wort steht nicht für sich allein. Es gibt auch noch eine Geschichte dazu. In der wird berichtet, wie der Herr Jesus in der Stunde menschlicher Schwachheit uns diesen Satz vorgelebt hat. Es war im Garten Gethsemane, in der Nacht vor seinem Leiden. Judas hatte ihm den Verräterkuss gegeben. Die rohe Horde der Hescher packte ihn. In diesem Augenblick wurde Petrus vom Zorn fortgerissen. Er zog sein Schwert und hieb einem Burschen Malchus ein Ohr ab. Plötzlich wilder Tumult. Hass und Geschrei. Jesus aber wertet ihm Petrus und heilt dem Malchus das Ohr. Dann streckt er ihnen die Hände hin zur Fesselung. Lindigkeit allen Menschen. Herr, dein Heiliger Geist, gestalte uns nach deinem Bild. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.